Willkommen bei Let's Play SCP Containment Breach. Einige haben es schon vorher gespielt, ich erst jetzt. Wir springen einfach mal rein. Ich weiß nicht allzu viel über dieses Spiel, außer das wohl das Haupt-SCP-Wesen, Monster, wie man das nennen möchte. SCP-173 ist diese nette Puppe da drüben an der Wand, die so schlecht gelaunt guckt. Wir müssen hier mit drei Leuten rein, denn blinzelt man, kann dieses Teil einem umbringen. Im wahrsten Sinne Wortes. Von daher kann man mit drei Leuten besser aufpassen, weil, es kann sich nicht bewegen, solange man... Oh, 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 ja. Ich hab mich am Leben gelassen. Ach, 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 ach. Dimmstisch, wie hättest du mich vorher töten sollen? Okay, ab jetzt heißt es natürlich Überleben Ja, das ist der Bericht über SCP-173 Ich bin mir nicht sicher, aber es gibt ja diese drei Klasse Keter, da ist auf den Fall tödlich Eluk oder Eoclid oder so, keine Ahnung Ja, da drin Ja, ein wichtiger Aspekt ist Blinzeln Ein wichtiger Aspekt ist das Blinzeln, denn das SCP-Vieh kann euch nicht töten, während ihr es anguckt, aber sobald ihr Blinzelt, sobald ihr Blinzelt, kann es euch die Rüge umdrehen Warum ist der Schalter hier hin? Was ist denn das Ding? So, die Tür geht nicht zu Das sind hier zwei Schalter für eine Tür. Das ist doch nochmal derselbe Gang, wo ich gerade war. Mit demselben Textdokument. The fuck? Ja, okay. Äh, ja. Gucken, gucken. Natürlich doch hier wieder drei. Wir sammeln hier ein. Ich bin gar nicht sicher, was die Batterien nützen. Vielleicht machen wir ja irgendwie das Sichtfeld heller auf. Keine Ahnung. Ähm, was? Electrical set, keine Ahnung. Okay, nochmal rein. You need a keycard to operate this door. Nice. Äh, Tür. Vorsicht, okay. Hm, ne, da geh ich doch lieber noch nicht rein. Erst hier unten, da stehen wenigstens kein Warnungsschild. Oder doch, ich geh, glaub ich, nicht doch viel erst nach oben. Denn ein dunkler Gang ist, glaub ich, noch ein wenig schlimmer. Und da SCP-frei ist, you need a key. Son of a bitch. Ja, okay. Hm. Dann müssen wir anscheinend bis in den dunklen Tunnel. Hm, dunig See. Shit. Okay. Hallo? Ach, doch, schon die Türkei nicht so. Schon wieder so ein roter Raum. Ich mein, ernsthaft, warum ist der Schalter da hinten? Der Lüftung schafft es auch nicht. Keine gute. Kein gutes Anzeichen. Ich bin so allein. Warum ist denn nirgends so jemand tot? Oder am Leben. Oh. Yeah. Maske. Ja. So. Glasmaske. Schon wieder so ein Raum. Oh mein Gott, okay. So offen. Gut. So offen. Ja. Bildschirm, Bildschirm. Was zeigst du mir am Bildschirm? Aha. Da ist die Tür natürlich. Oh, oh, es zeigt was an. Aber kein Alien drin, oder? Naja, irgendwie bewegt sich die Kamera jetzt nicht gerade. Ähm, okay. Hallo? Bug oder so? Okay, wir gehen da rein. Ich geh rein. Was? Ich bin ich gefangen, oder was? Super. Ich bin in Gefahren. Ich komme hier nicht mehr aus. Was ist das? Ach, aufziehen. Hä? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Es kann Tür aufmachen. Es kann Tür aufmachen. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Bäh. Und ich kann auch einen Tod husten. Okay, Leute. Das war fair. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne teilen, liken und subschreiben. Das war jedenfalls der erste Part von SCP Containment Breach. Und ich bin nicht weit gekommen, hab nichts erreicht und mein Genick wurde gezwirbelt. Ja, bis zum nächsten Part. Ja, bis zum nächsten Part.